Der Wille des Sohnes und der Wille des Vaters. Welcher Wille führt dich? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Frage. Handelst du überwiegend nach deinem fleischlichen Willen oder nach Gottes Willen? Wer übernimmt bei dir das Ruder, der alte oder inzwischen der neue Mensch in Christus? Wie lassen wir uns in unserem Alltag führen? Vom Geist der Wahrheit oder vom Geist der Welt? Wie ist dein Blick auf die Welt? Kaufst du die Zeit aus? Oder kaufst du dir weiterhin Weltlichkeit ein? Gehst du noch regelmäßig auf Schnäppchenjagd und kaufst dir Dinge, die du eigentlich nicht benötigst? Beziehungsweise sammelst dir haufenweise Schätze hier auf Erden? Oder nutzt du dein Vermögen, um für die kommenden Zeiten vorzusorgen und um Bedürftigen zu helfen? Kaufst du dir gefühlt das 50. Paar Schuhe oder hilfst du einem Bruder bzw. einer Schwester in Not, der bzw. die nicht mit dem Nötigsten versorgt ist? Merkt euch, der Größte unter euch soll euer Diener sein, laut Matthäus 23,11. Also, für die Bedürfnisse der Heiligen beweist Anteilnahme, übt die Gastfreundschaft willig, laut Römer 12,13 oder Galater 6,10. Darum wollen wir so, wie wir Gelegenheit haben, allen Menschen Gutes erweisen, besonders aber den Glaubensgenossen. Jesus gab uns das Vorbild des Dienens. Er lebte nicht für sich selbst, sondern erniedrigte sich und diente den Menschen. Lasst uns also nicht mehr nichtigen Dingen hinterherjagen, sondern dem Willen Gottes. Der Sohn Gottes, der nicht nach seinem Willen wandelte. So heißt es in Johannes 5,30. Ich vermag nichts von mir selbst auszutun, nein, wie ich es vom Vater höre, so richte ich, und mein Gericht ist gerecht, weil ich nicht meinen Willen durchzuführen suche, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Auch hier finden sich wieder Hinweise, dass die Lehre bzw. das Dogma der Trinität auch hier wieder nicht schlüssig ist. Ein Gott, der nicht eins mit sich selbst bzw. einen inneren Konflikt mit sich selbst zu bewältigen hat? Natürlich nicht. Der Sohn war immer dem Vater, seinem Gott, untertan und ordnete sich ihm unter. So heißt es auch an anderer Stelle in Johannes 6, Verse 35 bis 38. Da sagte Jesus zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nimmer mehr hungern und wer an mich glaubt, den wird niemals wieder dürsten. Aber ich habe euch schon gesagt, ihr habt mich wohl gesehen glaubt, aber doch nicht. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nimmer hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen auszuführen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Wie man an diesem Vers gut erkennen kann, ist, dass der Sohn auch an dieser Stelle nicht nach seinen eigenen Begierden getrachtet hat, sondern nach dem Willen gesucht hat, der das Leben verspricht. In Johannes 12, 27 heißt es dann auch nochmal ganz schön, Also wer kennt wohl den Willen Gottes besser als der, der von der Quelle des Lebens selbst geboren wurde? Keiner kennt den Vater besser als der Sohn Gottes. Das Wort bzw. Jesus Christus. Der Alte und der Neue Wille Wie erklären sich nun beide Willen? Als Ungläubiger wandelt man im Fleische, der Geist des Menschen ist also auf weltliche bzw. fleischliche und nicht auf geistliche Dinge ausgerichtet. Punkt Nummer 1 2. Timotheus 2, 26 sagt Unser Denken überführt uns oder es ist bereits verblendet aufgrund des Ungehorsams. So haben wir auf der anderen Seite den Mensch aus dem Himmel, der aus Gott geboren ist. Der Geist Gottes auf der anderen Seite, der im Sohn in seiner Vollkommenheit wirkt, ist dazu bestimmt, den Willen Gottes zu tun. Der Sohn wurde aus Gott gezeugt und hatte dementsprechend auch den Willen Gottes in sich. So wird auch jeder neu geborene Christ, der wahrlich aus Geiste gezeugt wurde, seinen fleischlichen Willen hinten anstellen, um den Willen des Vaters zu tun. Genauso wie der Sohn, unser Herr Jesus Christus. Wenn wir aus dem Geist geboren wurden, tun wir nicht mehr jene Dinge, die gegen den Willen Gottes sprechen. Das heißt, wir handeln und wandeln nicht mehr nach alter Weise, nach unseren alten Willen, sondern nach dem Willen Gottes. Jesus musste nicht lange überlegen, welchen Willen er tun möchte, da er der erste Mensch aus dem Himmel ist, das heißt himmlischen Ursprungs ist. Als der Heilige Gottes war sein Sinn bzw. sein Wille nicht auf das Vergängliche gerichtet, sondern immer auf den Willen des Vaters. So leben auch neugeborene Christen nicht mehr für die Welt und in Sünde, sondern man lebt für Gott, indem man seinen Sohn Jesus Christus im Geiste anhängt zum Heil. So heißt es passenderweise auch in den ersten Versen des Johannesevangeliums, in Johannes 1, 13, die nicht durch Geblüht oder durch den Naturtrieb des Fleisches, auch nicht durch den Willen eines Mannes, sondern aus Gott gezeugt sind. Also, der wahre neugeborene Christ hat die Ausrichtung immer auf das Reich Gottes und seinen Willen, ebenso wie der Sohn nur den Willen seines Vaters im Auge hat. Teilhaber des Geistes Christi ist jeder, der sich geistlich in seinem Denken dauerhaft verändert hat. So ist es aber trotzdem ein stetiger Kampf, Fleisch gegen den neuen Menschen in Christus, also Geist. Jesus hatte nie dieses weltlich Gesinntsein, wie es die adamische Natur an sich hat, die in Sünde geboren wurde. Der Sohn wurde aus Geist geboren, was ihm eine Reinheit hier auf der Welt versprach, die kein anderer Mensch hatte. Er war so rein, dass der Vater in seiner Gänze in ihm Wohnung nehmen konnte. Geboren aus dem Quell des Lebens hatte er das Leben logischerweise auch in sich selbst und der Willen des Vaters hatte immer oberste Priorität. Zwei abschließende Verse, Lukas 22, 42, wo es heißt, mit den Worten Vater, wenn du willst, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen, doch nicht mein Wille, sondern der Deine geschehe. Oder Johannes 4, 34. Und das ist ein ganz, ganz toller Vers. Jesus erwiderte ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Ja, und das war es auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte euch mit diesem Video wieder etwas Erkenntnis dazu schenken, beziehungsweise eure Erkenntnis erweitern und wünsche euch gottesreichen Segen in Jesu Namen. Wie immer gilt, prüft alles, behaltet das Gute und nährt euch vom Wort laut Matthäus 4, 4. Ein toller Vers, der auch an Johannes 4, 34, also diesen Vers hier anschließt. Nährt euch vom Wort laut Matthäus 4, 4. Und so Gott will, bis zum nächsten Video, euer Christian. Ciao, ciao.